Der Schweizer Produzent Marcel Höhn wird am Zurich Film Festival mit dem Lifetime Achievement Award geert. Ich freue mich sehr, dass er mein heutiger Gast ist. Hallo Marcel. Hallo. Schön, dass du hier bist. Bevor wir aber gleich ins Gespräch starten, möchten wir dem Publikum ein paar Ausschnitte aus deinen Filmen zeigen. Ist das gut? Okay. Potmer, Kantonspolizei. Einbeügerungsabteilung. Wir beprüfen die Ausländer, die Schweizer werden wollen. Fischer, steigen Sie mal aus. Das ist mein Assistent. Grüezi miteinander. La Poussière est devant, ça se met en dessous. Si. Ça sert à rien. Là. Et voilà. Ja, mit Kind bin ich gut. Ich bin einfach schlecht im Französisch. Il faut tenir le vibron plus haut. Mais haut. Voilà. Hey, ich habe Grün! Hast du keine Augen im Kopf? Nein. Unsere Scheidung, Rolf! Unsere Scheidung! Idiot! Wir haben jetzt einen Ausschnitt aus drei Filmen gesehen, aber du hast als Produzent über 40 Filme produziert. Unter anderem der erfolgreichste Schweizer Film, die Schweizer Macher. Was ist dein Erfolgsrezept? Oh, ein Erfolgsrezept gibt es nicht. Aber die richtigen Leute, die einem die richtigen Projekte vorschlagen oder gemeinsam entwickeln. Wir haben ja auch viele gemeinsam entwickelt. Der Bauch ist ein ganz wichtiges Organ, um das irgendwie versuchen zu spüren. Und manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es weniger gut. Ein Rezept gibt es nicht. Aber es gibt sicher ein paar Sachen, wo ich gelernt habe zu wissen, man soll das nicht machen. Zum Beispiel? Ja, das ist auch ein spontaner Reflex, wenn einem etwas vorgeschlagen wird, dass ich das Gefühl habe, das kann nicht hauen, das kann nicht funktionieren. Dann müssten wir jetzt konkrete Beispiele nehmen, das wäre zu kompliziert. Aber im positiven Fall, das zu wissen, das ist sehr schwierig. Natürlich bei den Spielfilmen, auch im Laufe der Zeit, haben wir noch ein recht gutes Feeling entwickelt. Man hat mich immer gefragt, was meinst du denn, wie viel Eintritt macht denn so ein Film? Und so weiter. Das konnte ich noch recht gut spüren. Wobei, man muss mich recht verstehen, es ist nicht immer darum gegangen, möglichst grosse Zuschauerzahl zu haben. Wir wollten auch Sachen ausprobieren. Wir wollten auch Risiken eingehen. Und ich finde, es ist einfach darum gegangen, möglichst gute Filme zu machen. Und nicht nur auf Zuschauerzahlen zu schauen. Ich habe entsprechend nicht Clamauke oder Teenie-Komödie oder solche Dinge gemacht. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe immer einen gewissen Anspruch. In einem NZZ-Interview hast du die Schweizer Filmemacher auch kritisiert, dass sie zu wenig neugierig sind und auf das, was um sie herum passiert. Lebt sie irgendwie in ihrer eigenen Welt oder wie muss man das verstehen? Ja, ich kann ja nur aufgrund von den Filmen, die ich dann sehe oder auch je nachdem, wenn man eigene Projekte hat und in die Förderung gibt, wie man auf Sachen reagiert wird. Wenn es vielleicht ein bisschen gewackt, ein bisschen aussergewöhnlich ist, dann frage ich mich schon manchmal, wie gross ist der Horizont? Und das meine ich jetzt nicht wegen Intelligenz, sondern im Leben. Und man muss mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Und mit Lebenserfahrung meine ich nicht, dass man alles erlebt hat, dass man darüber einen Film machen kann. Aber man kann ja gleich irgendetwas antizipieren. Und vor allem sollte man neugieriger sein, auch in Welten zu sehen, die man vielleicht selber gar nicht kennt. Das hat mich auch immer interessiert. Ich wollte nicht quasi einen Film produzieren, wo man vor dem Spiegel steht und die eigene Welt sieht, den eigenen Alter da sieht. Mich hätte genau ein anderes interessiert. Und das vermisse ich schon. Was wünschst du dir dann von dieser Generation? Das sagt man schon lange, man will radikale Filme, mutigere Filme. Das alleine macht ja noch keinen guten Film. Man muss dann auch noch ein gutes Drehbuch daraus machen. Aber schon, wir riskieren. Ich habe ja immer gesagt, ein Flop muss erlaubt sein, aber er muss aufregend sein. Was ich einfach langweilig finde, ist so ein netter Durchschnitt, wo nicht viele Leute schauen wollen. Aber wo auch nicht in einem wichtigen Festival selektioniert ist. Ich weiss nicht. Ist man zu anständig? Ja gut, vielleicht hat das schon ein wenig mit unserer Welt zu tun, mit unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, jetzt wird es schon gefährlich. Es hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun. Ich finde, das Fernsehen ist da ein wenig mitverantwortlich. Dass das oft so ein wenig eingebnet und brav daherkommt. Ich glaube, in der Roman sind sie schon ein wenig mutiger. Okay, da muss man dort mal reinschauen. Wobei, ich bin auch etwas dagegen, Pauschalregeln zu machen, weil gute Filme entstehen auch im Ausland nicht massenweise. Es ist einfach nicht so einfach. Du hast eine Digitalisierung von Anfang an miterlebt. So quasi vom Fax zum Smartphone. Wärst du jetzt 21, würdest du dich wieder für den Film entscheiden? Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Ich würde mich ja nicht für oder gegen entscheiden wegen der technischen Entwicklung. Das sind ja einfach die Tools, um Filme zu machen, wenn man so will, eine Art Verpackung. Aber nachher geht es immer noch um Geschichten und um Inhalt und weil ich Produzent bin, um mein Metier. Und ich habe schon da am Tag gesagt, ich würde in der Schweiz vielleicht nicht mehr unbedingt Filmproduzent werden. Nein, was dann? Serienproduzent? Nein, Meteorolog und Wildbauer zum Beispiel. Aber ich will die Jungen nicht entmutigen. Ich finde, nein, sie sollen sich nicht entmutigen, im Gegenteil. Jetzt hast du kürzlich dein Baby, deine Produktionsfirma T&C-Filme verkauft. Was heisst das für dich? Ja, alles war da und alles hört auf. Ich habe selber entschieden, wenn ich anfange und ich habe selber entschieden, wenn ich aufhöre. Und das finde ich eigentlich noch gut. Und ich bin für klare Lösungen. Und was es dann genau heisst, ob ich Entzugserscheinungen überkomme in den nächsten Monaten, das werden wir sehen, aber ich glaube es nicht. Ich habe bis jetzt Erfahrung gemacht, wenn ich so grundsätzlich so grosse Entscheide treffe, dass ich sie dann durchziehe. Und dann nicht lange nachdrauchen. Jetzt bist du quasi pensioniert, kann man so sagen. Was willst du noch holen, die du vielleicht in der Vergangenheit verpasst hast? Ja, pensioniert. Ich bin einfach nicht mehr verantwortlicher Unternehmer und Filmproduzent. Aber ich habe jetzt bereits so kleine Beratungsmandate für jüngere Produzenten. Das könnte ich mir vorstellen, die Entität zu machen. Und dann hoffe ich, wieder mehr Bücher zu lesen. Nicht nur Drehbücher. Ich gehe sicher weiterhin ins Kino. Ich gehe reisen und dann muss ich ganz langsam mit der neuen Lebenssituation umgehen. Es ist jetzt ja nicht ein hartes Schnittgesicht. Durch den neuen Eigentümern stehe ich ja immer noch teilzeitig zur Verfügung, um die ganze Übergabe zu machen, zusammen mit meiner langjährigen Mitarbeiterin. Okay, schön. Herzlichen Dank, dass du hier warst und die Zeit genommen hast. Danke auch euch fürs Zuschauen. Wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere doch unseren YouTube-Channel. Wir informieren euch aktuell und direkt aus Zürich, hier zu Gast im «Blick» Video-Studio. über den heutigen Stellen Platz auf der Laufenden Meter. Vielen Dank.